Vorbehalt Für die Produktion ist es wesentlich, dass keine relevanten Informationen und interne von Untermenschen an die Öffentlichkeit gelangen. Das heißt, dass keine Informationen und interne Antritte, die nicht für Untermenschen arbeiten, an Presse oder an Medien weitergegeben werden dürfen. Darüber hinaus ist es untersagt, Informationen, Fotos und Videos und Social Media oder auf andere Weise zu verbreiten. Bei Zuwiderhandlung wird Strafanzeige erstattet und Schadenssatzforderungen werden geltend gemacht.